Hamburg 2. Eure Lieblingssongs. Anschalten und anlassen. Der Abend bei Hamburg 2. Eure Lieblingssongs mit richtig vielen Achtzigern. Hamburg 2. Hamburg 2. Hamburg 2. Hamburg 2. Der Radiosender mit euren Lieblingssongs. Richtig viele Achtziger. Ihr hört. Hamburg 2. Ihr hört Hamburg 2. Eure Lieblingssongs mit richtig vielen Achtzigern. What's love got to do? Got to do it. Mit euren Lieblingslove-Songs. I just want you back for good. Want you back, want you back, want you back for good. Mit euren Lieblingsrock-Songs. I come back with you. Mit euren Lieblingsparty-Songs. Who you gonna call? All euren Lieblingssongs mit richtig vielen Achtzigern. Das ist Hamburg 2. 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 Jetzt das Wetter. 24 Grad bei uns in der Innenstadt, paar harmlose Wolken sind unterwegs und ganz viel Sonne. So bleibt es auch den ganzen Tag. In der Nacht geht es dann runter auf 16. Morgen zwar mehr Wolken, aber auch ganz viel Sonne. 25 Grad sind dann drin. Ausführliche Stadtnachrichten hört ihr bei uns immer um halb. Jetzt das Wichtigste aus Deutschland und der Welt. Die Hamburg 2 News. Es ist kurz vor zwei und das ist Silas Quering. Das aktuelle Verkehrsupdate gleich um Viertel nach hier bei Hamburg 2. Danke Silas. Ihr habt einen Blitzer gesehen? Nicht so schön. Wo steht er? Auf der Fuhlsbüttler Straße statt einwärts. Und falls ihr auch noch einen gesehen habt, schickt mir eine WhatsApp. Geht ganz einfach über unsere Hamburg 2 App. Hamburg 2 setzt euch einen Floh ins Ohr. Den werdet ihr nicht mehr los. Das ist euer neuer Moderator Floh Staub. Ab sofort für euch da in Floh ab 2 bei Hamburg 2. Neue Woche, neues Glück. Gleich Paul Young. Journey ist mit dabei und los geht's mit dem Pet Shop Boys. Go West. Eure Lieblingssongs mit richtig vielen 80ern. Hamburg 2 präsentiert Flohs Lieblingssongs. Das Hamburg 2 Verkehrsupdate. Auf der A7 Flensburg Richtung Hannover. Vorsicht! In beiden Richtungen. Zwischen Othmarschen und Waltershof sind Personen auf der Fahrbahn. Auf der A1 Hamburg Richtung Lübeck staut es sich zwischen dem Dreieck Norderelbe und Billstedt auf vier Kilometer. So viel Spannung. We start face the break. Genau so ist es. Und so viel Spaß. Das große Hamburg 2 Intro-Raten. Das neue Musikquiz von den zwei von Hamburg 2. Birgit Hahn und AC. Erkennt auch ihr einen eurer Lieblingssongs an den ersten zwei Sekunden? Dann spielt unbedingt auch mal mit. Im Jackpot sind immer mindestens 50 Euro. Montag bis Freitag um 20 vor 8 in der Frühstücksshow. Jetzt anmelden in der Hamburg 2 App oder auf unserer Website. Das große Intro-Raten mit Birgit Hahn und AC. Die hört ihr nur hier bei Hamburg 2. Hamburg aktuell. Die Stadtnachrichten von Hamburg 2. Hamburg 2. Hamburg 2. Echtes Radio bedeutet Originale. Jetzt bei Hamburg 2. Eine Show, ein Mann, eine große Liebe. Für die Hits der 80er. Ollis 80er Charts bei Hamburg 2. Die Chartshow mit den genialsten 80ern. Diese Woche mit hohe Berge, da da da, Carbonara, Maschine brennt oder ich will Spaß. Diese Woche nehme ich euch mit in das Jahr, als wir uns im Radio immer öfter über coole neue deutsche Welle-Songs freuten. Ich bringe euch die Original-Single-Charts aus genau dieser Woche im August 1982. Und neben NDW gab es auch noch OMD, die Steve-Miller-Band, Paul McCartney, Stevie Wonder und, und, und. Ich spiele sie euch alle. Die kompletten Top 25 von damals. Als wäre es gestern gewesen. Ollis 80er Charts bei Hamburg 2. Jetzt im Stream. Rund um die Uhr. Hamburg 2. In Digitalradio. In der Hamburg 2 App. Online und auf euren Smartspeakern.